Jo, vegan unter 30 Sekunden. Warum zeige ich hier einen Kartoffelkäfer? Genau, da kann man sich ja überlegen, was besser ist. Entweder sich mit sowas hier rumschlagen, weil man überall mega viele Kartoffeln anpflanzt, um die ganzen Leute, die sich vernünftig ernähren, zu ernähren. Oder ob man sich lieber mit irgendwelchen schweren Krankheiten, so wie Schweinegrippe oder so, nur halt auf Steroids rumschlagen möchte, die dann alle Menschen dahin rafft. Kann man sich echt überlegen, was einem lieber ist. Bisschen Kartoffelkäfer oder eine krasse Infektionskrankheit.